so gucken wir mal kurz so 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 das ist der raum so so das weg und dann mache ich einfach wie immer hier diese verbindung die habe ich so am liebsten so kleine sicherheitsräume dazwischen und türen der raum wird jetzt gebuddelt dann wird er als tiefer gechannelt also ein großteil vom raum wahrscheinlich so hier dieser bereich wird gechannelt und da werde ich hier raus einen abfluss machen und hier die zuleitung dann eben so ja meine meine haben einiges zu tun ist bei demnächst mal ein paar spitzhacken machen und meinen gesamten militär den dick bild also den meiner auftrag geben was habe ich denn so an bachen gerade zur zeit gucken wir mal kurz erhobst ein stockwerk zu hoch kupfer silber aus selber werde ich bolzen machen zehn und pick iron ja pick iron könnte ich zu genau pick iron könnte ich zu picken machen gute idee das gebe ich gleich mal in auftrag aber wenn es amnischen raus der silber kupfer Other Objects, Bismotiv, Bronze, Nickel, Bronze, Metal Clothing, Adamantit, nein, Amor. Die Sachen da drin sind aber nicht verboten, oder? Nö, nicht, dass ich wüsste. Oder? Jetzt gucke ich mal kurz. Stocks, Bars. Nein, sind weder verboten noch gedammt. Okay. Dann müssen wir wohl noch mal in die Stocks gucken. Was habe ich denn jetzt alles an Bars? Bars? Erstmal gucken, wie viel Charcoal haben wir noch? Drei. Iron Bars? Ja, dann machen wir drei Eisenpicken. Okay. Iron, Pick, Repeat. So. Gut, das ist erledigt. Die fangen hier echt überall Baustellen an und kriegen das nicht hin. So, hier wird alles schön mit Granit gemacht. Was wollte ich jetzt noch tun? Ja, eigentlich wollte ich das ganze Granit dampen und dann reclaimen. So, die Zwerge, äh, die Zwerge, äh, die Zwerge, die Elfen verlassen uns. Den Raum haben sie schon mal fertig gekriegt, aber alles andere kriegen sie irgendwie nicht so wirklich fertig. Okay. Ihr seid ja upstairs, oder? Ja, ihr müsst upstairs sein. Aber irgendwie will sich um euch keiner kümmern. Naja, haben wir einfach etwas Geduld. Gucken wir mal bei F3. Da wird fleißig gemeinert. Und es entsteht kein Miasma sehr gut. Jedenfalls bis jetzt ist kein Miasma entstanden. hier muss noch einiges getan werden wir haben sehr viele eitlers fängt mir gerade so auf wir haben holz also gebe ich mal die rockblocks werden weg gemacht wie nichts gutes nein ich will hätte gerne wurden bin 30 stück denn die gehen uns auch langsam wieder aus wenn ich das richtig so richtig sehe so dann werden auf dem stock bei nachher nur noch bar nur noch gestein blöcke gelagert sein dort sind sie auch am besten aufgehoben finde ich so zentral gelegen neben den kraft sachen hier sind die fertigen leder klamotten wobei wir davon auch noch mehr brauchen könnten club haben wir genug oder club sieht noch viel aus ja also das meiste gehört zwar nicht uns aber da oben ist ziemlich viel voller club wir haben ein bisschen hunde leder ein bisschen anderes leder und der stockpile sollte demnächst mal weg die zwerge sind beim trainieren hier sind ja schießstände deklariert oh ich habe gleich weil ich habe ganz vergessen die shooting direction anzugeben kein wunder dass sie nicht schießen können von unten nach oben und von unten nach oben so jetzt müssten sie aber schießen können was liegt eigentlich auch hier auf dem boden rum nichts das ist einfach bloß kaputter etwas kaputter boden hier klappt es auch sehr gut wenn wir dann nämlich innerhalb unserer mauern unsere eigene wasserquelle haben ist das schon mal ein guter pluspunkt für das für die vorsicherheit dann haben die zwerge nämlich eigentlich gar keinen grund mehr diese brücke dazu überqueren wenn ich schon dabei bin flor hier flor granit blöcke gabro blöcke und noch mehr flor auch aus gabro blöcken und dann muss ich mit designation remove nein remove construction oder ach nee so kann ich das einfach x weg machen so für die bilding flor hoffentlich habe ich dafür dann noch genug gabro also ja habe ich und noch mal flor das war als zu vieles guten eine andere richtung ein cd und noch mal capro und den capro block entfernt gut damit sind die räume dann auch fertig hier wird noch alles gemacht weil die da unten wahrscheinlich noch am boden schleifen sind ja gut da werden sie einiges zu tun haben construct rock blogs construct wurden bin wird alles gemacht was sagen die tiere eigentlich es wird doch ziemlich viel gebatschert aber ein budget reicht er normalerweise vollkommen aus ich glaube der hat hier oben in der farmers workshop hat keinen auftrag zur zeit naja der schnappt sich einfach hunde und nimmt sie mit da kommen so kommen wir auch wieder in ein bisschen leder ihr seid beim drill ihr schlaft alle überall auch nebenbei schlafen du bist ein bettraum du bist ein bett wohnen es wird zeit dass wir noch mehr bettwurms zur verfügung stellen und zwar für meine expo zwei leute so du hast jetzt ein bett so noch ein bettum es sein bett gehen wir einfach von unten nach oben durch so zweiter expo noch ein bett exbo 2 x2 2 du bist xpo xpo 2 make bedroom assign bed so xpo haula boom xpo xpo haula xpo 2 so du bist xpo 2 du brauchst noch ein bett hier nebenbei der general ist gestorben müssen wir mal gucken welches zimmer der hatte und es neu zuweisen xpo 2 und es müsste das zimmer gewesen sein ja das gehört jetzt nur noch einem guck jetzt gehört es einem xpo 2 so wie viele haben xpo 2 sind jetzt belegt du bist xpo 2 du bist xpo xpo 2 sind 2 3 4 5 6 6 von 9 also fehlen noch 3 xpo 2 leute leute make bedroom sei es ja du bist xpo 2 xpo 2 bettung ja es sei ein bett du bist xpo 2 du bist dann auch xpo 2 so und noch einer müsste es sein xpo 2 xpo 2 xpo 2 xpo xpo 2 xpo 3 xpo 4 5 5 6 7 8 nein es sind nur 8 xpo 2 xpo 2 xpo 2 xpo 2 wo versteckt sich der letzte xpo 2 ich habe doch nicht nur 8 oder militär nein ich habe 9 ich habe 9 xpo 2 xpo 2 xxpo 2 wohnst du denn sag bloß du bist mit unserem leader verheiratet nein bist du nicht hier sind expo also gucken wir mal hier sind doch ein free bett so expo expo also 12 expos hier wurden expo 2 hier wohnten expo 2 hier wohnten expo 2 hier wo zwei expo 2 ok da ist dann andere dann doch geblieben so jetzt kann ich aber hier draus bedwurfs machen und die können sich dann irgendwelche leute schnappen das schläft der rest hat so lange in der kaserne